Der Start von Lille On Air Leider ist mir das nicht möglich, weil mich Termine hier in Deutschland aufhalten. Es ist gut, wenn sich die Gemeinde rund um das digitale Radio in Europa immer wieder versammelt und die Erfolge feiert. Nachdem jetzt auch in Paris, Nizza und Marseille in Frankreich das digitale Radio immer mehr Raum greift. Wir hören, dass auch in der Schweiz über ein Umstiegsdatum gesprochen wird. Unsere Freunde in Norwegen schon lange auf diesem Weg sind. Und lieber Patrick, in Großbritannien das digitale Radio auch immer mehr Fans, Freunde und auch digitale Endgeräte in unseren Autos, aber auch in den Häusern findet. Kann ich sagen, dass auch wir in Deutschland jetzt wieder noch im Juli das Digital Radio Board starten werden. Ich habe mit meiner Kollegin Dorothee Bär das auch so vereinbart, dass wir gemeinsam mit den Vertretern des privaten und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nun auch in Deutschland auf die Tube drücken wollen. Wir wollen mit dabei sein und mithelfen, dass das digitale Radio sich immer weiter in Europa verbreitet. Insofern herzliche Grüße nach Lille, einen guten DAB Plus Lounge. Ich hoffe, dass wir uns bei nächster Gelegenheit spätestens im November bei dem Vert DAB Congress, der in Berlin stattfinden wird, wieder begegnen.